hey freunde und herzlich willkommen zur sechsten etappe der diesjährigen total force in pro cycling manager 2022 wir haben eine längere etappe von 220 kilometer und unsere erste hügel ankunft in dem sinne mit favoriten wie alaphilippe aber auch roguelette spurgaccia ja spezialisten mit points und auch ein schachmann ist hier mit dabei wir werden aber wahrscheinlich nicht versucht mit schachmann die etappe zu gewinnen sondern mit vlasov wahrscheinlich wird sich aber dann noch zeigen und ich würde sagen wir gehen einfach direkt rein ins rennen und wir sind in der etappe und die tagesformen sehen nicht besonders gut ausweilen mein plus drei ja bringt nun seid ihr jetzt nicht viel wird auf jeden fall anspruchsvoller das finde ich komme in die karte rein ach so ich weiß nicht wie hier so geht das ne ja okay ich gucke mal ob das auch noch sehr kurvig dass sie sehr kurvig aus wird halt sehr schwierig wird es einfach sehr viel mit position auch zu tun haben ein bisschen glück wie dich die fahrer blocken gar nicht so sehr wirklich um den hügel wert alleine deswegen ja bin ich gespannt dieses ganze sich entwickelt ich ja ich kann auch so machen fällt mir jetzt erst wieder ein dass das ja ging wird natürlich mein frage wieder mit nach vorne bringen wir haben minus drei war schachmann ausgerechnet heute auf der etappe ist natürlich sehr schade wir haben plus als hügel wert bei vlasov und deswegen eindeutig glaube ich dass wir für vlasov gehen in dieser etappe wahrscheinlich wird schachmann halt der anfahre sein mal gucken wie sich das ganze entwickelt ich würde sagen ryan malen kann dann einfach vlasov mal beschützen und sam bennett ich glaube ich habe ein flugzeug ich weiß nicht ob ihr das hört falls ja sorry das tut mir leid kann ich das nichts daran ändern im flugzeug genau und ansonsten ich glaube sein bennett braucht eben keinen helfer unbedingt heute wir werden gucken ja fühlt sich aber auch irgendwie falsch an oder komm dann dann jetzt aus polit 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 für san bennett der helfer und wir können einfach mal lossehen wie gesagt es wird sich alles hier auf den letzten kilometern entscheiden es wird sehr viel wirklich mit positionen zusammenhängen wer blockt wehen irgendwie den weg und so ne das ist also ein bisschen zufällig kann man schon so sagen glaube ich also so wie ich das halt kenne in pro second manager wie gesagt ich habe jetzt nicht mehr so viel gespielt wie damals aber ich glaube da hat sich nicht so viel geändert was das zumindest angeht und wir haben das erste mal glaube ich wieder offen nicht in der außer aus der gruppe spannenderweise auch aber wir haben den zweiten der bergwertung wo wir sie haben vielleicht heute kann er sich das bergtiko schnappen wir sind kurz vorm sprint und sein bennett hat irgendwie eine sehr schlechte position momentan aber ich versuche ein bisschen weiter mit dem fort zu fahren und es will nicht so ganz vielleicht jetzt einfach das hinterrad von von poppel gehe ich mal hier auf die 90 grad 90 doch scheint alles hier sinnvoll zu sein wenn bennett das hinterrad halt erreichen könnte gucke ich mal ob ich das von grünen wegen erwischt habe wie sieht die karte aus wo wir noch nicht mehr ist keine kurve mehr wir sind bei 1,2 kilometer das heißt ich sprinte mit von poppel tatsächlich mal eine anfahrt für den sprint und wir sind oh je wir sind ja schon bei 0,7 das war vielleicht also ein bisschen schon zu spät für den sprint von san bennett die haus ist aus von poppel soll nicht die punkte von bennett hat er jetzt die punkte von bennett geschnappt das wäre traurig das wäre einfach traurig so ich sehe es gleich da kann man das sich anschauen und wir haben bennett tatsächlich vor von poppel gut gab jetzt nur neun punkte aber immerhin dritter in dem zwischensprint von den fahrern des hauptfeldes geworden ist absolut akzeptabel kann ich zufrieden mit sein und die ausreißer werden jetzt gerade eingeholt und ich würde sagen wir machen uns jetzt langsam dran einen zug zu bilden der uns hier über diese letzten hügel führt und zwar gucken wir uns das ganze mal an wir haben vlasov und ich glaube schachmann wird das ganze für ihn anfahren trotz der schlechten tagesform heute ähm im hügel halt doch ganz stark wir haben konrad mit dem 18 70er wert der wird wahrscheinlich dann davor fallen und dann schlassungsweise kemner ja das sieht danach aus dann haben wir hier zum beispiel noch ein polit 71 wert von poppel heute nur die 70 leider sind melden kann ich vergessen meilen immer die 72 heute also vielleicht tatsächlich eher ähm als nächstes dann dann haben wir eben noch äh pollet ich würde sagen pollet ich weiß nicht von poppel ich glaube den schenken wir uns heute oder also ich glaube der der darf sein sein ding durchziehen und ich werde das erstmal so machen erstmal nur mit der 86 so dass ich hier hoffentlich ein bisschen freiraum hier erfahren kann so gehe ich mal ein bisschen rüber auch zur seite ähm und dass sich alle irgendwie so ein bisschen sortieren können wobei das gerade ein bisschen schnell mir erschien aber doch es geht so so wir sind zu schnell 75 80 ja da muss ich ein bisschen jetzt gerade flexibel gucken wie es ausschaut wir wollen ja noch hier kein irgendwie hinten loswerden oder sowas in die richtung ähm noch wollen wir erstmal einfach eine gute position für alle unsere fahrer erreichen ähm dass ich das irgendwie hab ich das gesch- okay schade ähm oh 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 Karuso Thomas Kalkowski oi 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 okay ähm ich hoffe das ist nicht so sehr buggy wieder weil das passiert manchmal ja genau dann fallen die irgendwie nochmal hin wenn ich da hingehe aber das ist keiner aus den Top 10 doch Karuso klar oh ja das ist natürlich hart für Bahrain nicht schlecht für mich ne ähm muss man auch fairerweise Roglic auch wieso wurde Roglic dann nicht in der in der ähm Meldung angezeigt das ist ja noch viel relevanter das ist der der Träger des gelben Trikots ähm das würde bedeuten ähm momentan Wort von Art wahrscheinlich würde sich das heute holen das gelbe Trikot so wie es jetzt aussieht ist halt natürlich ekelhaft wenn ich jetzt hier äh nach diesem Sturz dann ähm anziehe aber das ist das was ich realistisch jetzt machen muss halt eher so für das Game auch ähm wäre doof wenn ich es nicht machen würde es tut mir leid äh ich weiß nicht ob das moralisch vertretbar ist aber ich muss halt so ein bisschen den jetzt auch auf die Tube drücken ich denke man kann es mir nachsehen wir sind in einer guten Position es steht jetzt der erste richtige Hügel von diesen dreien am Ende an und ja wir befinden uns eben in einer guten aussichtsreichen Position dafür boah und wir müssen halt noch ein bisschen mehr Tempo machen weil sonst uns da Fahrer in diese Linie reinfahren ach guck mal das ist quasi schon das Ziel guck mal die anderen machen halt auch Tempo deswegen so und jetzt geht es hier einmal kurz die Abfahrt runter ähm da kann ich ein bisschen Gas geben weil ne ist halt eh ab uiuiui und es ist nochmal eine Lücke geklappt von Art ist eben hinten dran also doch nicht dann wäre es Pogacar äh äh at this time und da muss ich jetzt Gas geben da muss ich jetzt Gas geben und das andere wäre glaube ich nicht realistisch roll it und es geht hier in den nächsten Berg hoch ich glaube ich kann es auch so machen ich glaube der wird nicht zu viel blocken geht 92 mit Ryan Mullen ja hat ein bisschen schon geblockt ja da sind einige wieder hinten rangefahren oh das irgendwie antizipiere jedes Mal das heißt wir können jetzt nochmal wieder die Abfahrt richtig richtig reinhauen weil ihr guckt euch die roten Balken an von beispielsweise Konrad Schachmann das sieht nicht so gut aus wenn wir da wirklich für den Angriff spielen aber wir sind auch gerade noch nicht im Abstieg das ist das Problem äh oh das ist das Problem jetzt aber wahrscheinlich oder ja quasi wenn ich jetzt nochmal auf die 99 gehe bis ja 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 doch das war richtig das war die richtige Entscheidung da was das angeht eher ein bisschen zu früh bei diesen Abfahrten äh auf voller Power gehen hab ich so für mich entdeckt oh guck mal wie wie sich der rote Balken wieder auffällt ne äh deswegen absolut die richtige Entscheidung würde ich behaupten äh Kemna kommt auch kaum hinten dran ist ja was soll ich sagen ne jetzt ist er wieder hinten dran kann man also weitermachen und wir sind halt natürlich in der spitzen Position das ist perfekt wir lassen Lücken klaffen zu Pogaccia okay das ist perfekt das ist perfekt literally das ist perfekt okay ähm Kemna 99 jetzt mach hier mal mit mal erstmal keine Faxen lass den erstmal ähm durchreichen Kemna 99 hoch und dann dann fangen die anderen hier schon an zu sprinten flipsen Jasper flipsen woher nimmt er den also den Jügel oder nicht okay will ich Konrads jetzt sprinten lassen oder direkt schon ich glaub es macht mir Sinn erstmal mit Konrad um die Ecke zu kommen um die Ecke zu kommen dann direkt Schachmann hinterher Schachmann hinterher Blasov ich muss mal das Energiegel nehmen ist ja gleich schon Ende Schachmann ich glaub Schachmann gehe ich bis zum Ende durch und Van der Poel ja der der sieht aus als könnte er diese Etappe gut möglich gewinnen aber Blasov hat noch ein bisschen Energie und ich werde versuchen jetzt eben noch mit Blasov vorbeizuziehen es sieht nicht schlecht aus kann er das durchziehen er kann das durchziehen Blasov gewinnt die Etappe vor Van der Poel vor Schachmann vor Alaphilipp und das ist huge das ist so weil guck mal da ist nämlich Pogacar hinter Toins oder ja doch hinter Toins dann kommt erst Pogacar Konrad dann Philipsen hier noch Mirkoff und hier ist es zum Beispiel erst ein Enric Maas der auch natürlich auf die Gesamtwertung fährt Roma Badé Quintana Pino Froome ja gut vergessen wir es in der Gesamtwertung und so weiter und so fort Lepune ist zum Beispiel auch noch hier hinten für die Sprintwerte ich glaube Sam Bennett haben wir ja auch Sam Bennett hat keine Punkte bekommen aber also der Etappensieg für Blasov wir holen uns unseren zweiten Etappensieg auf der diesjährigen Tour de France da wo ich es nicht wirklich also ich habe Hoffnung gehabt wir haben sehr viele gute Hübelfahrer aber dass wir es tatsächlich so holen würden es war eine sehr knappe Geschichte mit Van der Poel aber wir haben einfach das bessere Team als Van der Poel deswegen konnten wir das jetzt diesmal holen und ich bin extrem happy oh Kemna oh no oh no ich habe Kemna vergessen ich habe den auf 0 gestellt und nicht wieder zurück zurückgestellt das ist natürlich ein bisschen ärgerlich aber gut wie gesagt Kemna also wir werden mit Kemna nicht für die Gesamtwertung gehen und das weißt du was wir vielleicht mit ihm ausreißen dürfen 49 zusammen klacker ey das wäre mir halt fast jetzt auch passiert hätte ich es jetzt nicht gecheckt und ich hätte die ganze Zeit auf achtfache Geschwindigkeit laufen so wir haben hier eine Lücke 15 Sekunden auf Pogacar keine Ahnung wo mein Freund Ruklic ist 2 Minuten 6 wow ok Schachmann hat das gelbe Schachmann hat das gelbe Trikot 3 Sekunden vor Pogacar 4 Sekunden vor Pogacar da kommt Mats Pedersen von der Pole Flips noch auf 6 in der Gesamtwertung what the heck also ich glaube es ist gar nicht so unrealistisch dass nach Etappe 6 halt die Klassnummerfahrer nicht mal so gut platziert sind und auch teilweise eben solche Fahrer wie Adapflie wie vielleicht Pedersen von der Pole und so dass die auch mit dabei sind aber dass es so extrem ist glaube ich nicht das ist so extrem ist glaube ich wirklich nicht ja hier hat sich nicht viel getan hier auch nicht viel aber naja nicht schlecht immerhin das brauchen wir uns nicht anzugucken wir sind an der Teamwaltung auf jeden Fall jetzt auf dem ersten Platz das ist klar nach dieser Etappe das musste so sein und das ist wirklich also grandios grandiose Ausgangslage für uns das heißt aber wir müssen jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen Führungsarbeit machen und jetzt haben wir eine Etappe ich glaube da kann da wird es schwierig gerade auch wenn wir eben als Favorit haben mit reingehen oder nicht als Favorit aber ne in der besseren Position für das Gesamtklassen aber wir müssen halt arbeiten es wird schwierig Laflanche äh Debalphie es wird wirklich nicht einfach und ich bin sehr gespannt darauf wie wir uns da schlagen werden ähm äh ja wir müssen uns überraschen lassen deswegen würde ich sagen macht es einfach gut und bye 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 Vielen Dank.